Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Elder Scrolls Online Elsewire und auf speziellen Zuschauerwunsch einmal dieses Mount, also dieses Reittier, was man als Vorbesteller von Elsewire bekommen hat. Ich kann nur mich drehen. Okay, ich werde das jetzt mal diese Folge durch, oder diese Folge durch mal benutzen. Ist jetzt nicht mein Favorit, obwohl es schön blau magisch schwelt und genau deswegen und ich wollte es einmal hier zeigen, weil man es da wohl mit am besten sieht. Gut, dann legen wir mal los. Ich bin schon an dem Weg schreien, der unseren nächsten, unserem nächsten Quest zieht, am allernächsten ist und ja, am allernächsten, was ein Quatsch, am Nächsten, am allernächsten, am Nächsten. Das ist also, ne? Superlativ. Ich bin der Erste, ich bin noch Ersterer. Jawohl. Juhu. Ich bin erfrischt. Ich wollte gerade sagen. Ah, ja. So. Einmal schnell sitzen. Das ist es jetzt in... Ach, guck mal, das hat ja ein Dings auf. Guck mal. Ui. Ja, ist schon schön. Ist schick, ne? Mit Satteltaschen. Ja, schöner als mein Kamel. Gut. Und wieder raus. So. So viel zum Kundenservice, ne? Machen wir alles. So, wo ist denn jetzt der Weg schreien? Wir müssen... Ne, das müssen wir nicht. Wir müssen zu dem Mondtor von Anakina gehen. Und dort ist Law Hinnon, sagt man hier im Saarland. Vielleicht wäre ein direktes Vorgehen doch das Beste. Mh, bestimmt. Ich habe jetzt auch mal den blauen Klöppchen ein bisschen stehen lassen. So. Jawohl. Das macht ja ganz schön Lärm, ne? So. Ich habe in letzter Zeit so viele Ressourcen gesammelt, dass ich das jetzt einfach mal so ein bisschen ins Liegen lasse, damit wir einen schönen Spielfortschritt haben. Ich habe jetzt mal vor, drei Stunden am Stück aufzunehmen. Folge 20 Minuten. Das heißt also jetzt erst mal neun Folgen. Heute, wenn ihr diese Folge seht, müsste der elfte sein. Das habe ich auch so versprochen. So. Na. Ich gucke mal gerade ab. Genau. Da ist jetzt der erste Wegschreien, den wir freischalten. Ich habe die, ähm, Strecke gewählt, bei der ich, ähm, ja, an den noch nicht freigeschalteten Wegschreien vorbeikomme. Ich habe zwischenzeitlich sehr viel gemacht. Ich habe Meisterschriebe, ähm, gemacht. Ich habe, ähm, Zutaten gesammelt. Ich habe diverse Dailies gemacht. Nur in Elsewire, das, alles was ich in Elsewire mache, mache ich nur mit euch. Das heißt, da werde ich nicht mal, ähm, Schatzkarten oder sonst irgendwas, ähm, ohne euch machen. So. Gut. Äh, die Quests hier außenrum lassen wir jetzt auch mal sein. Wir ziehen jetzt erst mal die Hauptquests durch, werden aber das andere dann auch noch alles, äh, soweit möglich und nötig, ähm, ja, abgehen. So. Da hat das blaue Pferd was? Nein. So. Ja, ja. Ja. Ganz schön weit, oder? Ähm, lass mal ganz kurz schauen. Wir sind hier, müssen da hin. Elsewire ist fucking groß. Ich habe jetzt hier schon den Turbo drin, ne? War auch schön, ne? Dass die Biome hier sind schon... Och Gott, sind da viele Zutaten. Was kommt denn da? Oh, das ist wohl irgendwie schiefgegangen, aber, naja, auch dafür spielt man das. So. Ähm, wir müssen auch jetzt ganz kurz, weil das ist wie die Wegschreine auch absolute Pflicht. Wow, das gibt alles Punkte. Äh, was wir auf jeden Fall immer einsammeln. Und dann müssen wir jetzt mal hier hoch. Was bauen die denn hier an? Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, das ist dann irgendwo hier. Ich sehe es auch schon. Frage ist, wie kommen wir hin? Bienen. So, super. Da würde ich sagen, steige ich ab und schaue, ob ich da irgendwie... Achso, ja, gut. Naja, war jetzt nicht die Herausforderung von dem Herrn. Jawohl. Juhu! Und wenn wir schon mal stehen... Oh, hä? Äh, hallo? Buggy, buggy, buggy? Hat er den jetzt geholt oder nicht? Oh Gott, Hilfe. Ich habe zu viel Satisfactory gespielt. Ich wollte jetzt tatsächlich zurück zu meinem Pferd gehen. da hat das blaue Pferd den Löwen abgehängt. Das Leben war abgeschenkt, weil's Pferdchen schneller läuft. Ha. Ich bin na, zum Glück nicht so in der Beobachtung wie zum Beispiel Krong, sonst hätte vielleicht irgendjemand da einen Remix draus gemacht. Oh mein Gott. Nein. Alter Schwede, ist das hier geil. Oh, da freue ich mich aber drauf, das Ganze mal in Ruhe zu erkunden. Da will ich den Turbo gar nicht so gerne reinmachen, aber naja, egal. Da haben wir jetzt erstmal ein gutes Stück Reise. So, jetzt ist die Frage. Sollen wir erst zur Quest oder soll man schnell noch den... Oh. Okay. Oh Mann, zu spät. Aber den Kuppelschall Koboldschirme nehme ich. So, und jetzt macht er jetzt auch Geräusche seit neuestem. Wermut? Wermut nehme ich auch. Och Gott, nö, oder? Die sind doch süß. Aber hier, guck mal. Die machen wir jetzt ein. Nein, nicht das. Ich will... Ja. Sind die wirklich so stark? Das sah eben aus, als hätte man echt Probleme mit. Könnte aber auch ein Anfängerfragter gewesen sein. Die sterben aber irgendwie schon ein bisschen versetzt, ne? Du bist gerettet. So. Ne, komm. Wir gehen jetzt an der Quest vorbei und machen noch schnell diese eine wunderschöne Scherbe. Lass mich raten. Oder? Na, wo ist sie denn? Ja. Na. So, okay. Vielleicht war das Unterfangen doch nicht so. Jawohl. Ja. Ich sag mal, aber die Tiger, die sind echt... Sag mal, die sind... Habe ich das nur das Gefühl, da sind die ein bisschen besser getroffen, als die normalen Tiere bei Elder Scrolls Online. Die sind ja richtig schnieke. Wobei schnieke gar nicht zu meinem normalen Wortgebrauch gehört. Aber... Aber... Die sind sie aber. Der ist aber groß. Sehe ich das richtig? Ja, ne? Die sind größer und sterben lauter. Und lassen durchschnittliche Schatztruhen zurück. Na, komm jetzt. Ja, gib her. Danke. So, und es ist die Frage. Wir müssen dann hier hoch. Habe ich die jetzt mitgenommen? Ja. Ich guck dann hier rein, was drin ist, ne? Ne, da dann weiter. Okay, okay, okay. Gehen wir jetzt wieder zurück. Kommen wir vielleicht... Da kommen wir hoch. Oh. Noch eine Schatzkiste? Was ist das für ein Vieh? Was mir noch ein paar Probleme macht, ist Stile. So. Nochmal. Der ist noch eins höher. Aber wie kommen wir da hin? Und was genau? Ja. Wie Schattenwolf. Sag mal, das war doch eigentlich immer was ganz Besonderes, oder? So. Oh. Was mit euch? So. So, die Frage ist... Hm. Wie kommen wir da hoch? Was ist das für ein Gebäude? Mhm. Dankeschön. Oh. Das war genau richtig. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich müsste mal wieder höher. Schon wieder Schattenwolf. Das ist aber hier eine echte Plage, oder? Wie heißen die bei Game of Thrones nochmal? Ist das auch Schattenwölfe? Könnt ihr mich antworten, ne? Ja. Genau. Bin ja gar nicht live. So. Und jetzt geht's gleich mal. Wir haben noch nicht so lange. Und guck mal, was der da hat. Oh, guck mal da. Ein Klon. Der hat auch sogar das gleiche an. Das gibt's doch gar nicht. Ist aber Magier. Ja. 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 Und der hat auch, wie viel habe ich denn, 785? So. Ich habe ihm gerade geschrieben, ne? Brother from another mother. Weil es war wirklich sehr, sehr ähnlich, ja? Und ich habe einen Beweis. Aber er wird wahrscheinlich nicht zurückschreiben. So. Ach genau. Es geht um die Tore. Die Anäkina, beziehungsweise jetzt die Neue, die kann die Monde, die das Tor nochmal bewegen. Die ist drauf eingestimmt. Das war's. So. Wo ist denn jetzt der Kater? Kater Carlo? Es scheinen alle da zu sein. Meldet euch bei Präfekt Carlo, 5 Kralle, während ich mit der Königin spreche. Das mache ich. Habe ich jetzt nur das Gefühl, oder ist das wirklich viel geiler als die alten Gegenden? Vielleicht kommt es mir auch so vor, ich weiß es nicht, aber das sieht echt toll aus. Die Mondfinsternis ist da. Oh Gott, du bist so teatralisch. Oh Gott, du bist so teatralisch. Also dieser Kater. Also dieser Kater, irgendwas an dem ist, wow, sehr seltsam, weil er so hochgesprochen und immer der richtigen Meinung ist. Und irgendwie auch ein kleines bisschen, so ein bisschen evil gay und so. Also, wow, ich glaube, der macht uns noch Ärger. Aber egal. Glaubt ihr, wir können den Ansturm aufhalten. Ich habe mir einfach mal gemerkt, hier bei Elder Scrolls Online, kann man Kaiserlichen, die ich ja bei Dingens, warte, na, noch ein bisschen höher. So, kann man Kaiserlichen einfach nicht trauen. Gut, egal. Auf keinen Fall. Wir hoffen nur, ihn so weit zu verlangsamen, dass Tarn und Kamira die nötige Zeit haben, um zu verhindern, dass sich das Mondtor öffnet. Oder dass sie einen Weg finden, es wieder zu schließen, wenn alles andere fehlschlägt. Wenn die Drachenjodeskern nicht erreichen, gewinnen wir. Halt! Was ist das für ein Geräusch? Ihr hört etwas. Drachen, schließt euch Königin Kamira an. Ja, mach ich. Ja, ich gehe mal schnell zum Mondtor. Samara kommt mit euch. Ja, komm mit. Genau, Ballisten, super. Super. Ballisten funktionieren. Kommst du? Catwell? Catwell. Ah, ich habe Catwell gesehen. Ballisten, das wissen wir ja jetzt durch Game of Thrones. Das ist jetzt wirklich kein Spoiler mehr. Ballisten funktionieren immer nur beim ersten Mal. Es gibt hier keine Verräter. Außer euch. Zack. Da oben. Weitere euraxische Truppe. Wo denn? Wo? Ach da. Ach Leute, das ist Quatsch. Da kommen sie. Macht euch bereit. Jojo. Das scheint echt... Noch mehr Soldaten. Macht sie nieder. So, noch mehr. Überraschung. Oh, Catwell. Jawohl, ja. Sieh, ihr Fieslingen, so gern die Hosenbeine lang. Der Weg voran ist frei. Wir müssen König in Camilla erreichen. Ja, machen wir. Ich hoffe da waren niemand vorher dran. Ujojojojojojojoo. Was bist du? Okay, okay, okay. Egal, wir gehen zum Motor. Das heißt, ich muss alleine? Das sehe ich auch so, aber ich frage mal. Echt? Mach das aber gut. Ja, ja. Also dem vertraue ich, aber dem Kalo... Ich bewache das Drachenhorn und schließe mich kam mir an. Viel Glück zum Rack. Danke. Ja, mach ich. Schick mich weg. Drachen? Hallo? Nein? Gut. Hey! Hi! Oh, mit Kämpfer an meiner Seite kann mir nichts passieren. Der ist so klasse. Ich könnte mich kaputt machen. Nichts statt rechts abbiegen sollen. Versuchen wir das nochmal. Geht er wieder? Okay. Ich geh mal da hoch. Und kann nichts hier plündern. Also ich hab irgendwie trotzdem das Gefühl, die sind nicht fertig geworden so richtig, ja? Aber storymäßig und optiksmäßig, also der Wahnsinn. Warum Dindos so spät efflagieren, weiß ich nicht, aber... Naja. Ja, mach ich. Wo seid ihr? Er kommt. Kommt. Na da, hier. Okay. Das ist Quatsch. Na gut, komm. Geht auch, geht auch. Ja, ja. Ja, 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 ja. Leute, das ist Quatsch. Kommt, noch. Diese Halunken übernehme ich, alte Forelle. Alte Forelle. Geht so ab, nur bevor die Monde ganz ausgerichtet werden. Ja, 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 ja. Geht zum Mondtor hinauf. Ah, ja, gut. Schön. Wow. Okay. So, tach, 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 ihr werdet alle gerecht werden. Nee, Leute. So. Das ist Quatsch, das war. Ach, Leute, das ist doch Quatsch. Okay, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt, ah, da lang, gut. Geht zum Mondtor hier rauf. Bist du? Wo bist du? Ich mach dich so platt. Alter, komm her, komm her, komm her. Hoi. Und dem stellen wir uns in der nächsten Folge. Hihihi.